Also, ich hab da so einen Verdacht. Und zwar, ich hab jetzt hier die ganze Zeit mit diesen Uhren rumgefuhrwerkt. Und passt auf, ich zeig euch mal, was mir da aufgefallen ist. Ich hab die jetzt überall im Haus verteilt, also wahrscheinlich muss ich jetzt überall rumsuchen, wenn der Verdacht richtig ist, ich weiß es nicht. Und zwar, passt auf, hier sind ja in diesem Raum überall Uhren, ne? Und hier da zum Beispiel, wo man da was austauschen könnte. Und jetzt guckt mal, hier, da ist es 8.20 Uhr, 8.20 Uhr, 8.20 Uhr, 8.20 Uhr. Vielleicht muss man die dann, da ist es auch 8.20 Uhr, vielleicht muss man die jetzt auf 8.20 Uhr stellen. Das ist meine Vermutung. So, wie viel ist das hier? Das ist tatsächlich 8.20 Uhr, oder? Ja, so, die ist jetzt auch auf 8.20 Uhr. So, jetzt können wir die hier wegnehmen. So, wir haben jetzt also hier alles auf 8.20 Uhr gestellt. So, jetzt haben wir hier noch mehr Uhren. Die hier zum Beispiel, die zeigen alle ausnahmslos. Äh, 10, äh, 10, äh, 10, 20, 25, 12.25 Uhr. So, 12.25 Uhr ist das aber nicht hier, oder? Ist das hier 12.25 Uhr? Ne, das ist was anderes. So, das heißt, das ist die falsche. Ja? Wenn wir mal hier, haben wir irgendwo 12.25 Uhr, was muss denn hier stehen? Hier muss auch 12.25 Uhr stehen. Das ist aber blöd. Das ist aber blöd, oder? Ich weiß es nicht. Was muss hier stehen? Hier muss stehen, äh, 6 Uhr irgendwas. Aber das haben wir alles nicht. Was ist das eigentlich für eine Anzeige hier? 1 Uhr irgendwas. Das ist aber auch nicht richtig, oder? Ist das richtig, was ich da gerade vermute? Ist das richtig, oder? Ihr wisst, was ich meine, ne? Komm, wir holen uns mal nochmal. Jetzt wird hier gleich wieder der Buhmann auftauchen. Der böse Buhmann. Ich gucke einfach nicht hin. So, so, gucke nicht hin. Äh, 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 äh. Ich hab mir gesagt, ich gucke nicht hin. Paderlump. So, also, meine Vermutung, einfach überall die, also die richtigen Uhren. Wobei, ich hab doch nicht zweimal, 12.25 Uhr Egal, wir gucken mal, was wir hier noch so haben Was haben wir denn hier? Brauchen wir nicht, oder? Nee Nee, das ist falsch Wo sind denn noch Uhren? Ich muss jetzt mal die ganzen Uhren abklappern hier Also, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich vermute Wir müssen überall die richtige Uhrzeit Aber dafür haben wir gar nicht genug Uhren Wir haben gar nicht genug Uhren für den Spaß Vermute ich Hier ist auch noch eine, oder? Was ist das? Ich kann ja keine Sau lesen Es ist 11 Uhr Äh, die Uhr da hinten Wir haben nicht genug Uhren für den Spaß Das ist das Schlimme So, da haben wir Da haben wir diese 12 Uhr Das 12 Uhr Ticket Äh, ich meine Nein, das war falsch Ja, das ist, das ist Das, nee, das ist das hier Da Na, na, na Äh, wo hängst du denn? Komm, wird Zeit, dass der Buhmann wieder auftaucht Komm Schwupp, schwupp So Also hier haben wir Hier haben wir die richtige Uhrzeit Würde ich sagen Ja Da haben wir auch die Ne, warte mal Hier muss ja Warte mal, hier muss eine andere stehen Da muss eine andere stehen Da muss nicht die stehen, ne? Die habe ich hier eben schon mal gesehen Die 11 Uhr Die 11 Uhr, die 11 Uhr haben wir irgendwo gesehen Dann ist das hier Das ist nämlich nicht dieselbe Uhrzeit Das ist die 12 Uhr 25 Richtig? Äh, ja Ja, ja Jetzt nehmen wir das Ding hier So Jetzt, äh, was muss denn hier stehen? Das habe ich schon wieder vergessen 6 Uhr 40 Die habe ich auch irgendwo gesehen 6 Uhr 40 Das ist nicht 6 Uhr 40 Ich renne hier noch ein paar Mal rum Ich glaube, das ist der Das ist der Trick Überall die richtige Uhrzeit einstellen Komm, tauch doch auf Ich weiß doch, dass du es willst Komm, tauch doch auf Tauch doch auf Tauch doch einfach auf Mach doch Ich hasse dich Wir brauchen einmal 6 Uhr 40 Und einmal 11 Uhr noch 6 Uhr 40 und 11 Uhr 6 Uhr 40 und 11 Uhr 6 Uhr 40 und 11 Uhr Das ist 6 Uhr 40 Lauf Guren So, bringen wir erstmal die 6 Uhr 40 an Und dann nur noch die 11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr ist, glaube ich, in der Küche Oder? Wo war die 11 Uhr? Knarzt So, der leistet lang nicht mehr Ach, dann, 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 dann Kannst du die Uhr nachstellen Nach dem Ich hätte beinahe Ein ganz unanständiges Worte So, warte mal Was wollte ich einstellen? 11 Uhr? Ne, was kommt hier hin? Die 11 Uhr Was ist das? Das ist 6 Uhr 40 Wo muss die 6 Uhr 40 hin? Ne, da muss die 6 Uhr 40 hin So Was ist das? So, jetzt gehen wir noch die 11 Uhr holen Die 11 Uhr Die 11 Uhr Scheibe Ich glaube, die war im Nein, ich gucke nicht hoch Nein, 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 nein So, jetzt kannst du auftauchen Komm Du willst es doch Du willst es doch Du kleiner, harter Lump Ist das die 11 Uhr? No, es ist die 11 Uhr Ich glaube, ich hab's So, jetzt bin ich gespannt Jetzt komm, einmal willst du noch Ich weiß, dass du's willst Ich weiß es Komm schon Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Tja, zu spät Hier unten tauchst du nämlich nicht auf So Äh, wo ist die 11 Uhr? Das ist die 11 Uhr, ne? Ja Okay, irgendwas passiert Shit happens Wir haben doch alle einen Vogel Hör auf zu bimmeln Und zu bömmeln Nein Also, egal was Aber wir lassen das Licht an Exakte Jetzt ist die Tür auf Ne, ist ja nicht Warum nicht? Muss ich jetzt noch warten Bis die Zeiger anhalten Was ist denn jetzt Sinn der Sache? Warum ist denn jetzt Das Ding nicht Ich hab sie aufgeknipst Ich hab sie aufgeknipst Aha Aha Ja, ja Da ist eine einzelne Es scheint, dass er nie Das hat er nie Fertiggestellt Da fehlen Zeiger Wie rotieren? Soll ich da rotieren? Da fehlen Zeiger dran Soll ich denn jetzt Zeiger herkriegen? Warte mal Nee Ich dachte, ich kann das da ran hängen Kann ich wieder dran hängen? Okay, warte mal Kann es sein, dass ich sie Aha Da muss ne Aber da muss ja irgendwas Warum Da ist jetzt Extra so ein Gewicht dran Warum geht denn das nicht? Was mach ich denn jetzt? Ich hab jetzt ne Uhr Eine Uhr ohne Zeiger Ohne Witz Hab ich jetzt eigentlich drei Zahlen Vier Tatsächlich Fünf, eins, vier Fünf, eins, vier Eigentlich könnte ich die letzte ausprobieren, oder? Sind doch nur vier Zahlen Fünf, eins, vier Die letzte Hab ich neun Möglichkeiten Müsste ich irgendeine Eigentlich ohne Probleme Wollen wir es mal machen? Fünf, eins, vier Fünf, eins, vier Ich kann es ausprobieren Kann es ausprobieren Ich kann es nicht mehr nehmen Ach, jetzt hat er wieder ne Vision Ich kann es nicht Fletchers Vision Mein whole Körper ist weg Warum ist das mit mir passiert? Schau, warte mal Ich hab jetzt ne neuer Das ist ne Kombination Oder was Das ist ne Kombination Warum? Ah Ja, alles klar Links lang Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Sieben, acht, neun Alles klar Ich muss zu dem Tresor Das ist ne Kombination Für ein Tresor Juhu Und zwar Das war ja einfach Manchmal bin ich so schlau Möchten wir jetzt die Sicht treten Vor Freude Wird Zeit, dass der Buhmann wieder auftaucht Wo ist denn der Buhmann? Wo ist denn der Buhmann? Ja, wo ist er denn? Da hängt ne Couch an der Decke Wo ist denn der Buhmann? Nein So, darf ich nochmal sehen, bitte? Ja, von außen oder nach innen? Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Sieben, acht, neun Zehn, elf Nochmal zählen Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Sieben, acht, neun Zehn, elf Elf links Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Sieben Elf, sieben Eins, zwei, drei Vier Elf, sieben Vier Elf, sieben Vier Eins, zwei, drei Vier Vünf, sechs Sieben Acht, neun Zehn Elf Eins, zwei Drei Vier Vünf, sechs Sieben Eins, zwei Drei Vier Okay, das war ich nicht Dann andersrum Elf, sieben Vier Vier, sieben Vier, sieben Elf Eins, zwei, drei Vier, vier Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs Sieben Eins, zwei Drei Vier Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Linksrum Ein Zwei, drei Vier Eins, zwei, drei Vier 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 Sechs Sieben Eins, zwei Vier 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 Also es ist definitiv Elf, sieben, vier Oder? Kann natürlich andersrum sein, aber das wäre falsch Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben, acht Neun, zehn, elf Eins, zwei, drei Vier Fünf, sechs, sieben Eins, zwei, drei Vier Es wäre aber falschrum, genau Jetzt nochmal Elf, sieben, vier Und jetzt mal Vier, sieben, elf Ne Eins, zwei, drei Vier Eins, zwei, drei Vier Fünf, sechs Sieben, acht Neun Zehn Elf, sieben, vier Jetzt hast du dich voll komplett vertan Elf Es ist doch elf, sieben, vier Oder? Oh, da hinten Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Sieben, acht Neun, zehn, elf Es sind definitiv elf Und dann sind es Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs, sieben Und dann sind es definitiv Eins, zwei, drei Vier Es sind definitiv Elf, sieben, vier Nochmal Elf, sieben, vier Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben, acht Neun Zehn Elf Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Eins, zwei Drei Vier Hm, das war es nicht Elf, sieben, vier Vier, sieben, elf Eins, zwei Drei Vier Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Ich bin zu blöd Ich bin zu blöd Oder ich interpretiere da was falsch Kann natürlich auch sein Elf, sieben, vier Nochmal Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs, sieben Eins, zwei Drei Vier Eins, zwei Drei Vier Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Ich hab jetzt alle durch Das ist alles falsch Das ist alles falsch Aber hier war nirgendwo noch ein Tresor War hier noch irgendwo ein Tresor? Nein Elf, sieben, vier Ich verstehe auch nicht Diese Uhr verstehe ich auch nicht Die ist mir auch komplett schleierhaft Wo sind die überhaupt? Untersuchen, rotieren, zoomen Da ist halt auch nix Da ist halt auch überhaupt nix Warte mal, was war denn das da gerade? Ne, da war nix Ich hätte gesagt, wir müssen da Halt Irgendwas anbringen Habe ich da unten irgendwas vergessen? Ich darf was abnehmen Nein Nicht, dass auf der Rückseite hier irgendwas steht Nein Warte mal Vielleicht wenn die Tür zu ist Ne, auch nix Was bewirkt denn das? Hm Elf, sieben, vier Kann ich jetzt eigentlich diese Uhren noch angrapschen? Ne, das hat sie auch gewissen Elf, sieben, vier Da oben würde auch nix mehr sein Elf, sieben, vier Ich denke, die ganze Zeit Ich hätte mich verzählt Aber kann ja eigentlich nicht sein Hier ist nirgendwo noch ein Tresor Nein Elf, sieben, vier 5, 1, 4 Probier mal was ganz blödes, ja Ich hab aber Ich hab einen Ich hab, Moment Es ist unfair Ich habe alle bis auf eine Das ist dreckig Was heißt denn das? Vielleicht ist das Vielleicht ist der Pfeil aber auch noch eine Dann wäre es nicht Elf, sieben, vier Dann wäre es zwölf Danke Acht, fünf Wollen wir das nochmal probieren Zwölf, acht, fünf Vielleicht Wäre aber dreckig, oder? Wenn der rote Pfeil der nächste ist Nicht elf, sieben, vier Sondern Zwölf, acht, fünf Jetzt auch die Tür zu Sag mal, seid ihr den Hof? Okay, versuchen wir es mal mit zwölf, acht, fünf Das wäre aber gemein Mein Wenigens taucht der Boomer nicht mehr auf Zwölf, acht, fünf Zwölf, acht, fünf Ich mein, das war ja auch rot Der Pfeil war ja auch rot Zwölf, acht, fünf Zwölf, acht, fünf Zwölf, acht, fünf Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs, sieben, acht Neun, zehn, elf Zwölf Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei Vier, fünf Ja Oh, ich nehme das Geld Hey, ich will das Geld Was ist das für ein Schlüssel? Ich will das Geld Johnny Was ist denn Johnny für ein Schlüssel? So viele Türen haben wir gar nicht mehr, wo es hier Schlüssel sein, haben könnte Ist hier ein Schlüssel? Ah, guck mal Klickety, klackety, kluckety Hallöchen, was zum Henker Um den Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diese Plan erdachte Ja Ruhe Ach, du ahnst es nicht Ein Gewichterätsel Ein Gewichterätsel Warte mal Da sind Da ist eine Schlange Eine Ratte Ein Dingsbums Ein Hase Und ein Hai Moment mal, wie war das Ding? Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück Also der Hase ist ganz oben Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in der Tiefe diesen Plan, also den Hai nach ganz unten, den Hase nach ganz oben Und die Ratte muss unterhalb der, die Schlange muss unterhalb der Ratte Also Hase, Ratte, Schlange, Hai von oben nach unten Hase, Ratte, Schlange, Hai, Schlange ist ja schon heute schon Ratte muss tiefer Der Hai muss ganz runter Was muss ganz runter? Der Hai Nehme ich das mal ab kurz Der Hai muss ja ganz runter Runa So, der Hai ist ganz unten Dann kommt die Schlange und der Hase Der kriegt gar keins, genau Der Hase kriegt gar keins Die Ratte muss unter die Schlange Ne, warte, was muss unter die Schlange Unterhalb der Ratte 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 Ist sie ja eigentlich schon, oder? Weiß ich nicht Wo ist denn das? Da So, die Schlange ist jetzt unterhalb der Ratte Ja, aber Warte mal Hier muss noch irgendwas hin Warte mal So Ja, der sagt so Hai Schlange Ne, die Schlange muss unterhalb der Ratte Warte mal Die müssen wir beide austauschen So So, komm Oder? War eigentlich nicht geirrt Ne Die Schlange muss unterhalb der Ratte Die Schlange muss unterhalb der Ratte Die Schlange muss unterhalb der Ratte Äh, aber die Schlange ist im Moment Gleich auf mit der Ratte Die Schlange muss unterhalb der Ratte Ja, ist ja blöd Die Schlange muss unterhalb die Ratte Der Hai muss aber ganz runter. Wie kriegen wir das hin? Nein. Naja, es ist ja noch... Naja. Ich hab's gleich. Ja, der Hai war, glaube ich, mit dem schon ganz richtig. Ne, der Hai war schon ganz... war unten schon ganz richtig. So. Der Hai ist ganz unten. Können wir eigentlich hier dran was rumfummeln? Nein. Okay. Der Hase ist ganz unten. So, jetzt ist das Problem. Die Schlange muss unterhalb die Ratte, ne? So, das heißt, dann machen wir einfach so. Und lassen wir das da frei. Aber jetzt ist der, glaube ich, auf derselben Höhe wie der. Das ist natürlich blöd, ne? Aber das ist doch jetzt richtig. Guck mal. Die Schlange ist unterhalb der Ratte. Also, ich würde sagen... Ist das hier... Ich weiß nicht, ob die auf selber Höhe sind. Das kann natürlich sein. Nee, die sind nicht auf selber Höhe. Das muss richtig sein. Was soll ich denn da noch hinhängen? Hab ja nichts mehr. Bin verwirrt. Liegt hier noch was rum? Der Hase sprang in die Luft, ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Die Schlange bleibt also da. Jumped into the air. Ich gucke mal auf, ob es auf... Leaving all the friends behind. The snake below, the rat remained. While the shark in the depths, the plane designed. Die Schlange blieb da. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Was mir bis jetzt noch... Ich will nur mal gucken, ob da unten... Ob man da was hinhängen kann. Nee, da bin ich falsch. Ich will noch mal in den anderen Raum zurück. Und wir haben ja noch andere Gewichte. Ich frage mich, was passiert, wenn wir die da ranhängen. Wahrscheinlich nix. Nee. Ja, das können wir da hinhängen, aber das hat ja kein... Kein Effekt, oder? Kann es ja mal da hinhängen. So. Jetzt gehe ich noch mal kurz oben gucken. Vielleicht hat sich oben was getan. Nee, jetzt nicht im Witter. Gewitter ist für ein Poppes. Habe ich hier irgendwas getan? Nein, ne? Die sind ja auch nicht in irgendeiner Verbindung. Der Hase ist ja schon ganz... ... oben. Der Hase ganz oben. Der Hai ganz unten. Da liegt ja noch einer. Mensch. Jetzt sind wir mal mitgenommen. Okay. Jetzt ergibt es natürlich mehr Sinn. So. Der ganz oben. Der ganz unten. Die Ratte. Die Schlange bleibt da. Der muss aber ein bisschen tiefer. Jetzt muss da die Uhr ran wahrscheinlich. Ich gehe noch mal gucken. Okay, das eine Gewicht habe ich komplett übersehen. Ich lasse euch aber nicht raus hier, bevor wir das nicht abgezögelt haben. Der Hase und die Schlange und das Gnu auf der grünen Wiese. Hurz! Ich glaube, ich kriege langsam Koller hier. Hurz! Her damit. Den Einklotz komplett übersehen. Wie peinlich ist das eigentlich? Hurz! Huh! Na. Ist gut. Nein! Langsam drückt durch. So. Der ist ganz unten. Der ist ganz oben. Die Schlange ist da. Und jetzt kriegt der den kleinsten Stein. Äh, was weiß ich denn, was der kriegt. Er hat aber auch nicht geklappt. Schlange. Dingsbums. Der ist ganz unten. Der muss ja jetzt. Der muss ja jetzt. Der muss ja jetzt. Der muss ja jetzt. Müssen die denn alle irgendwo hängen? Ist die Frage. Vielleicht muss auch. Warte mal. Nee, das hatte ich ja schon. So. So ist es. So hatte ich es schon. Warte mal. Ich habe ja noch einen. Ah, warte. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Habe ich es? Gib her. Ich habe es. 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 Habe es. Nicht so tief, bitte. Nicht so tief. Ja. Und jetzt hier die Uhr. Bitte lass es das jetzt gewesen sein. Nö. Warum denn nicht? es ist doch fast doch warte mal es dreht sich doch jetzt es dreht sich doch jetzt sag ich doch sag ich doch das ist eklig blaue knie er hat jemand blaue knie a long long time ago there was a creature whose name was unknown okay das ist unknown darf ich vorstellen it and it had always lived alone and was often seen on its own okay so war ganz allein und die anderen monster wollten nicht mit ihm spielen wie traurig one freezing frosty night it began to feel so very sommer that it fell into a day okay es hat dann irgendwann in zwei tage schlaf verfallen von mir und by the third day it woke up in a blackness was an illness so serious that both its eyes has vanished in the darkness okay so aus der grund sind dann die augen ausgefallen ist bisschen gruselig the creature creeped out of the bed and started crawling looking for the eyes okay es hat rumgekrochen hat seine augen gesucht und die es wusste dass sie da irgendwo rumrollen es ist die schlusser und trollen und weil so viel auf dem boot rumgekrochen ist hat sie jetzt blaue knie okay es ist so zu sagen dass es nicht eine klinik hat aber es ist keine abschluss für die Antwort aufhörer zu gehen es reibt sich ja alles sehr furchtbar da sind zwei oben fliegen Augen und um für dein eigenes Schlauch Okay, das ist gruselig. Das lauert jetzt unterm Bett. Es fürchtet, dass Licht nutze etwas Helles, um nicht zu schützen. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig. Das Raum ist geändert. Mein Name ist Johnny. War das Johnny? War das böse Monster Johnny? Hieß es Johnny? Darf ich nochmal gucken? Guck nochmal. Wie hieß das Johnny? Äh? Okay, das war nicht Johnny. Johnny, Johnny Walker. Wie geht's denn weiter? Das sehen wir beim nächsten Mal. Wie geht's denn? Wie geht's denn?